Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei No Plays Like Home. So, wo sind wir hängen geblieben? Genau, hier, das wollten wir und das wollten wir und das wollten wir und... Hey, oh, hier drüben natürlich das, das... Toll, jawoll, ja, ja, und dann lasst uns mal gucken, ob wir unsere Lamas auch irgendwas gebracht haben. Ähm, offensichtlich nicht. Okay, ich dachte, die könnten da, aber offensichtlich können die da nicht. Naja, wir werden sehen, wir gehen mal hier rüber, wir müssen nämlich Hühnerfutter machen. Wir müssen Hühnerfutter kochen in rauen Mengen. So, jawoll, und weiter und noch eins. Jawoll, ja, ja. So, und dann müssen wir da mal hingucken, was können wir, können wir da schon wieder irgendwas ernten? Können wir da was ernten? Wir können da irgendwie... Okay. Ja, die Lamas versuchen sich da jetzt irgendwie durchzudrücken. Warum? Keine Ahnung. So. Ähm, hier vorne haben wir Kotzsalat, wir haben Tomaten, diverse Tomaten. Wir haben nochmal einen Hut. Boah, was könnten wir denn anbauen? Ich würde sagen, wir schmeißen da mal Kürbisse ran. Da schmeißen wir mal einen Kürbis hin und da schmeißen wir mal einen Kürbis hin. Und das war's dann auch im Großen und Ganzen. Dann gehen wir mal weiter. So, wir müssen ja hier Teile, ne? Wir müssen ja hier Teile suchen, holen wir uns hier erst mal Wasser und dann... Ja, da haben wir, da drüben, weiß ich nicht, ob wir schon aufgeräumt haben. Wir werden es sehen, jetzt gehen wir erst mal darüber. Und da sind wir auch schon. So, hast du eine Queste? Äh, was kann der alte Mann heute für dich tun? Ähm, 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 fertig werde, schuld... So, mit Schutt... Hey, ähm, das hilft uns jetzt mal gerade überhaupt nicht. Da kommen wir auch nicht weiter, da sehe ich Hühner und Schweine schon, aber da ist bestimmt mehr. So. Aha, da drüben gibt's auch was. Ja, wir werden mal... Haben wir überhaupt noch eine Quest? Können wir da irgendwo Sammlungen... Äh, Karte, Inventar... Äh, Runkelnschaften, Tiere, Pflanzen, Ressourcen, Robben, Entwicklung, Koch... Hm... Ja... Hühnerflüsterer, okay... Ich bin mal da jetzt gerade nicht sicher. Wenn ich ehrlich bin... Wo können... Können wir denn da irgendwo nachgucken? Gibt's hier irgendwo ein Questlog oder... Dergleichen, weil ich dachte eigentlich, er wollte was von uns. Aber irgendwie bin ich mir da jetzt gerade nicht sicher. Da drüben ist noch eine Türe. Da gehen wir jetzt mal hin. So, da sind noch Fässer, die können wir nicht kleinklopfen. Oh, da liegt noch Müll rum. Gleich, gleich einsaugen, gleich mitnehmen. So. Gehen wir mal da lang, dann mal hier rüber und... Eikugama. Da ist eine Tür, die können wir nehmen. Okay, hier können wir nicht, aber hier können wir. Da ist noch mal ein Hühnchen. Ich glaube, das haben wir absichtlich stehen lassen. So, wir nehmen mal diese Tür. Vielleicht kommen wir hier irgendwie zu dem Herald. Ah, da drüben ist das, da ist das. Ich glaube, die können wir schon. Ja, die können wir schon. Oh mein Gott. Okay. Gib ihm. Töte ihn. Mach ihn nieder. Jawohl. Okay, also den haben wir hinbekommen. Da ist... Also Fuchs. Jawohl. Alle drei weggeholt. Ha. So muss das. Okay, holen wir uns gleich wieder hier Wässerchen. Können wir mit dem Fuchs, müssen wir ins Zuhause. Aha. Müssen wir erst mal hier und dann... Ah, können wir das hier. Sehr schön. So, wir holen mal... ... ihn hier ran. Dann haben wir hier noch... Schau mal. Eischauger mal. Hey, oh Gott. Was für ein... Was für ein Giftmüll hier, hä? Okay, da ist nochmal... Ah, okay. Dafür brauchen wir also Wasserfilter. Äh, guck. Ja, was willst du von mir? Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir kein Haus bauen. Es tut mir sehr leid. Okay, Auto können wir nicht zerlegen. Schade. Ich hätte gehofft, wir könnten, aber wir können nicht. Hm. Welche Frage, ne? Wo kriegen wir jetzt diese Pumpenteile her? Oh, da ist auf alle Fälle schon mal... ... sehr schön. Ja, ja, ja. Komm, saug alles ein. Saug's weg. Hau rinne. Oh, ich glaube, wir müssen... Oh, ich glaube, wir müssen nochmal nach Hause zurück, ne? Weil da steht noch einer von den Bäumen. Hm. Ja, 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 ja. So, hier schön durchbohren. Okay, da hinten scheint was zu liegen. Okay, da. Aha. Welche liegen irgendwie mal fallen? Das ist natürlich nicht schön. Okay, also die Gegner werden wohl größer. Schaffen wir das? Jetzt hat. Jawohl, da kommen wir ran. Da kommen wir ran. Sehr schön. So, da haben wir den Großen zum Platzen gebracht. Sehr gut. Da ist... Haben wir das? Haben wir nicht. Warum haben wir das nicht? Was brauchen wir da? 80 Schutt und 80 Bretter. Naja, 80 Bretter haben wir, aber 80 Schutt haben wir nicht, oder? Wie viel Schutt haben wir denn? Oh, wir haben 12 Schutt. Okay. Hm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal da ran. Das sind, glaube ich, die Dinger, wo es da einen Schutt gibt. Oder? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle gibt es Müll. Müll in rauen Mengen. Müll in absolut rauen Mengen. Also schauen wir, ob wir hier irgendwie... Okay. Wir bekommen auf alle Fälle Schutt. Ich würde jetzt mal den Schutt mit hier... ...mit Feld tauschen. Beziehungsweise halt hier... ...stopp den da runter. Dann hier nochmal Feld. Ah. Okay, bei 10 Feld ist Schicht. Okay, ich verstehe. So. Okay. Dann machen wir hier doch mal... ...ganz schicke Schnicke sauber. Schicke Schnicke. Auch ein schönes Wort, ne? Ja. So. Hier durch. Boah, 30 Schutt. Ist ja gar nicht. Aber... Aber da steht ein Mann. Okay. Ah, komm. Boah, ich hab kein Wasser mehr. Nein. Klopf ihn! Jawohl, da ist er. Geklopft zu Brei. Okay, ich glaub, das ist Harold. Herald. Also es sieht aus, als wäre er es Harold. Oder er. Er sieht aus, als wäre er Harold. Okay. Hey, da ist ein Boot. Ja, Poppy. Zack, da haben wir nochmal Hundefutter. Was gibt es hier Schönes? Es gibt schon 40 Schutt. Okay. Okay, wir quatschen hier mal an. Auf geht's. Hallo, jungen Reisende. Mein Name ist Harold. Brauchst du guten Rat, Rums und Schwein? Ich bin nämlich der ein Schweine-Experte. Ich kenne mich mit dem ganzen Schweinkram aus. Ja, so siehst du auch aus. Ernährungsgewohnheiten, Verhaltensmuster, Persönlichkeit. Schweine haben Persönlichkeit? Aber natürlich. Was ist das denn für eine Frage? Ich hatte mal ein Schwein, das nur aus einem roten Trog gefressen hat. Schön. Wenn das Futter nicht im roten Trog war, hungert es lieber den ganzen Tag. Ein anderes Schwein pflegt jeden Tag genau um 12 Uhr mittags ein Bad zu nehmen. Hey. Schick. Ja, dann würde ich sagen, hier, Harold. Hallo, was machen die Schweine? Ich habe keine Ahnung. Quest Mark Händler. Andere Seite des Dorfes. Äh. Ich habe alle Zutaten für das besondere Hundeleckerli beisammen. Fantastisch. Dann kann Küchenchef Harold ja loslegen. Okay, wir haben die Quest nicht mal bekommen. Bitteschön. Aber bevor wir es an den Hund verfüttern, ist noch eine Sache zu erledigen. Baue ihm eine richtige Hundehütte, damit er auf deiner Farm leben kann. Das wäre ein viel besserer Platz für ihn als diese Ruinen. Es ist ein ganz braver Wauzi, der bestimmt dankbar sein wird. Ja, okay. Baue eine Hundehütte. Freude dich mit dem Hund an. Okay. Sammle fünf Hundefutterdosen. Ja, haben wir automatisch gemacht, ne? Hallo, was machen die Schweine? Keine Ahnung. So. Ähm. Hier, guck mal. Ressourcenshop. Quest. Hm. Komm. Wir gehen mal hier in den Shop, weil der kann... Fandet ihr nicht irgendwas total tolles? Hey, Brunnen. Okay, Marmelade. Was ist das? Das ist der Schweinestall. Oh, dafür brauchen wir Kopfsalat. Den haben wir gerade nicht bei. Oh, der Mayo-Macher. Okay, den Plan lernen wir, weil... Hey. Mayo. Sorry, aber... Was machen die Schweine? Hast du meinen Opa gesehen? Äh... Shop. Bist du? Shop. Quest. Kein Problem, das ist mein Spezialgebiet. Als erstes musst du einen schönen Schweinestall bauen. Ja, okay. Und was zu essen bringen? Normalerweise brauchen die Schweine eine Weile, um sich in den Schweinestall zu gewöhnen. Ich habe eine spezielle Honigsorte entdeckt, auf die alle Schweine abfahren. Ich kann dir auch beibringen, wie man Bienenstöcke herstellt, um Honig zu gewinnen. Wenn du die hast, bist du für alle Schweinereien gerüstet. Okay. Und es lohnt sich, wenn du dich mit Schweinen angefreundet hast. Bah... Bringen sie dir leckere Trüffel. Oh, das ist sehr cool. Okay, Schweinestall. Dann gehen wir da nochmal hin. Bester. Ach, Marc. Ich würde ihn ja gerne besuchen. Aber schau dich nur um. Ich habe gerade mal genug, um zu überleben. Ich kann es mir nicht leisten, in seinem Laden einzukaufen. Hier ist noch einiges zu erledigen, bevor ich überhaupt daran denken kann, das Haus zu verlassen. Kann ich dir irgendwie helfen? Jetzt, wo du es erwähnst? Ja, aber ein wenig kein Licht. Ein Freund hat mich gebeten, aus seinem Hund aufzupassen, während er weg ist. Aber mein Haus ist neulich eingestürzt und das hat den Hund derart verschreckt, dass er weggelaufen ist. Ja, ich weiß, wo dein Hund ist. Ich habe hier so viel zu tun, dass ich nicht einfach fortgehen kann. Wir müssen für diesen Bautzi ein besonderes Leckerli zubereiten. Ja, aber das haben wir ja gerade gemacht. So, haben wir. Danke. Yo, jetzt. Hallo, was machen die Schweine? Hm, ja, wir werden mal Tschüss sagen. Obwohl, der kann mir... Also, wie war das jetzt hier für... Ah, hier, guck mal, dafür brauchen wir eine Aubergine, das haben wir. Und dafür brauchen wir einen Kopfverlust. Sollten wir eigentlich so am nächsten Tag etwa auch haben, ne? Okay, da liegt noch irgendwie was drunter, da liegt noch irgendwie was drunter. Da ist so eine lustige Falle, mit der wir nichts anstellen können. Das ist... Okay, komm her. Und du greifst mich nicht an, das ist schon mal sicher. So, hier Tüte 1, Tüte 2. Hier lang, hier rum, hier rein, hier rüber, hier lang. Ah, da ist ja nochmal ein Schwein. Oh Gott. Okay, haben wir noch eins dabei? Ich glaube, wir haben noch eine dabei. Yo. Haben wir. Dann hier. Okay, was ist das auch gerade? Aber das können wir. Ich würde sagen, das bauen wir. Ist jetzt eine Werkstatt? Das... Sieht so werkstattmäßig aus, finde ich. So, wir brauchen auf alle Fälle Schutz. Wir brauchen richtig viel Schutz. Also, offensichtlich wirklich richtig viel Schutz. Da haben wir noch mal eine Feder. Okay, hier haben wir das nochmal. Und wow. Ja, komm jetzt haupt das Ding auf da. Gehen wir mal da hin. Was gibt's hier? Nochmal Gläser. Einmachgläser. Okay. Hier geht's da hin. Hier geht's da hin. Hier geht's da hin. Da drüben ist nochmal Giftmüll. Da vorne ist auch Giftmüll. Aber ich sehe gerade irgendwie da hinten, das ist der letzte Baum, ne? Da hinten sieht es so aus, als wäre der letzte Baum. Aber wir müssen ja sowieso zurück, oder? Okay, das ist wohl so ein Müllteil. Das bleibt dann ewig stehen. Auch nicht schlecht. So, sieht hier aus. Ja, wenn wir gerade da sind, da können wir auch wegräumen, oder? Da können wir auch ein bisschen aufräumen hier. Können wir mal machen. Ne, so der arme Hund und so. Naja. Wir müssen ja auch jetzt noch eine Hundehütte irgendwie bauen. So, da gibt's dann Tomate. Was haben wir hier jetzt gerade noch eingesammelt? Keine Ahnung. Oberschlinie haben wir auch ganz ordentlich in der Tasche, ne? So, hier lang, hier lang. Wir brauchen eh. Wir brauchen ja eh. So, hier schön durch. So. Ah. Ich glaube, wir haben da jetzt gerade irgendwas, oder ich habe da jetzt gerade irgendwas total falsch gemacht, weil, ja. Aber was gibt's hier? Ah, nochmal Schott. Sehr schön. 41. Wie viel Schott brauchen wir denn, um dieses Ding hier zu reparieren? 80. Oh Gott. 80 Schott. Oh ja, hau rein. Hau rein. Das kriegen wir dann schon irgendwo. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass unsere Llamas sammeln, aber, hey. Offensichtlich machen die das nicht. Offensichtlich nicht, weil sonst hätten wir ja welche, ne? Oder das Ganze dauert einfach nur deutlich länger. Machen das noch weg. Da können wir nicht. Da können wir. Da können wir auch, da können wir auch. Saugen wir noch da rüber. Da haben wir jetzt hoch. Okay. Ja, den hauen wir jetzt auch noch weg. Komm, hau rein. Okay. Also die Qualität des Mülls wird irgendwie schon besser, ne? Ist der jetzt verendet? Nein, der will nur. Oh mein Gott. Ich dachte schon, der wäre da jetzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon gut, ne? Es gibt noch Leben. Also wenigstens das. Ja? Ich versuche das irgendwie einigermaßen positiv zu sehen. Dafür brauchen wir diese Wasserpumpe, ne? Ja, genau, genau. So, da gibt es das, da gibt es das. Wie viel Schutt haben wir jetzt? 56. Da ist nochmal Schutt. Hm, 59. Ja, war jetzt nicht die Welt, ne? War jetzt irgendwie nicht die Welt. Da gibt es Bretter raus. Ah ja, das ist schon, ne? Ja, schön im Kreise, ne? Schön im Kreise, dann erkennen. Oh, spät. Können wir hier irgendwas? Oh, wir können hier hin. Was bist du? Ah, Hydraulikteil. Okay, cool. Die liegen also... Oh, Schubkarre? Sehr schön. Können wir hier? Nein, wir können hier nicht. Finde ich sehr uncool. Mit Wasser sind wir offensichtlich voll. Da ist der letzte Baum. Aber wie kommen wir da hin? Hier irgendwie außenrum, ne? Jawohl, irgendwie außen herum. Was wir damit machen können, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Dafür brauchen wir das. Die Fallen werden uns noch nicht angezeigt. Ja gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Ach, da ist der Hund. Ja gut, das können wir ja eh noch nicht. Also Weltkarte, wir müssen ja hier zu Opas alte Farm, also bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. So, wir haben hier jetzt mal gar nichts da drüben. Ich gucke jetzt nochmal zu den Lamas, ob da jetzt irgendwas gemacht worden ist oder nicht oder doch oder... Hast du nicht gesehen? Hier, da ist der Schutz. Aber das ist unser Schutz. Wir machen den mal raus und sagen dann sammeln. Wieso tun die das nicht? höher wird hier Schutzstrom ausgelöst. Schutzstrom. Okay. Okay, also wenn man ihnen nichts sagt, dann können sie nicht sammeln. So können sie oder hier sammeln, machen, tun. Mal gucken, ob die das können oder ob es dir irgendwelche Probleme gibt. Wir werden es sehen. So, jetzt gehen wir erstmal ins Haierbettchen und dann... So, und dann gehen wir mal... Hier ist ein Haufen Kartoffeln und Tomaten und wir können keine Kartoffeln mehr sammeln. Achso, wir sind voll, voll, voll. Oh, wir sind voll, voll. Da haben wir noch so eine Eichel. Die packen wir mal da hin. Da haben wir Ei. Packen wir mal da hin. Okay, und dann... Yeah. Waren es wieder zehn Stück, oder? Ne, waren mehr als zehn Stück. Ähm, hallo? Bin grad etwas verwirrt. Wieso packt mir da keine Kartoffeln mehr ein? Ich bin total verwirrt. Warum tust du das nicht? Oh, da haben wir die Hundehütte. Oh. Hundehütte. Okay, wo können wir die hinstellen? Wir können die hier hinstellen. Wir stellen die hier zu den Lamas. Hier. Da. Hundehütte. Zack hingestellt. Top. Ach, jetzt kann das ja auf einmal wieder... Ajo, ne? Ajo. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir... Oh, wir können Erdbeeren. Okay, Erdbeeren hier hin. Saubergine hier hin. Das hier, hier oben hin. Haben wir dann alles? Dann Saatgut. Ja, bis auf die Gänseblümsche. Oh, Äpfel. Äpfel können wir auch. Okay, passt auf. Dann Äpfel. Okay, also jetzt muss Apfel doch auf... Ah, ne, muss nicht. Okay. Wir stellen Apfel mal hier hin. Dann gehen wir hier hin. Yo, den wirklich wieder einsammeln. Warum können wir das nicht? Ich verstehe es nicht. Ah, so. Okay. So funktioniert das. Dann eingesammelt. Hundelecker liefer. Fütteres an einen Hund. Okay. Ähm, ich würde fast sagen... Hier, wir können noch mehr Apfel, oder? Hier. So noch einer. Und... So sieht es doch ganz hübsch aus. Das ist Aubergine, wenn mich nicht alles täuscht. Wir könnten noch ein bisschen Tomate, ne? Hier so ein bisschen Tomate. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, so, hier, da, da. So einfach mal da, wo wir jetzt nicht wissen, was wir hinstellen sollen. Stellen wir jetzt mal Tomate hin. Dann, äh, das ist falsch. Ich hätte gerne hier. Dankeschön. Würde ich sagen, hier. Äh, wo sind wir denn? Wo bist du? Da bist du. Da, da. 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 Stellen wir mal Oberschienen hin. Boah, 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 boah. Haben wir eigentlich noch... Äh, haben wir eigentlich noch Kartoffelsamen? Wir haben ja gar keine Kartoffelsamen mehr, oder? Kann nicht sein. Hier. Hier, mindestens dreimal Kartoffelsamen noch. Wo sind die denn hin? Ach, hier, schau mal. Menno. Ähm, hier, ich würde sagen, hier und dann dahin. Und dann würde ich sagen, hier, äh, Tomate. Hier, Tomate, Tomate. Hier, hier, hier. Und hier auch nochmal Tomate. Und dann könnte man ja theoretisch mal, wenn man wollte, könnte man ja hier mal so Felder in die Hand nehmen. Zack. Hier, äh. Hier, jo. So, so. So. So, so, so. Ja, warum? Ach ja, warum denn nicht? Hier haben wir nochmal zehn Stück, ne? Also, zack. Häp. Häp, 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 häp. Tu mal einen Fuß hoch, junge Frau. Und eins haben wir noch. Aber ich bin mir sicher, wir werden mehr finden. Bin ich mir ziemlich sicher. Also wirklich ziemlich. Hier, 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 hier. Hier von zwölf. Und dann würde ich sagen, hier. Ja, wir brauchen ja von allem ein bisschen auch zum Aufwerten. So, so würde ich sagen, macht sich das doch eigentlich an sich ganz gut. Dann gehen wir mal hier hinter. Wir brauchen nämlich unglaublich viel von diesem, von diesem Tierfutterchen. Zack, einmal schön hin. Zack, 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 zack. Schade, dass man da nicht mehr als eins bauen kann. Sehr, sehr schade. Aber wenn ich gerade auf die Uhr gucke, muss ich sagen, meine Freunde, ich würde sagen, meine Lieben, nicht meine Freunde, meine Lieben. So, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst dich zu bewerten. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin.